Musik Wollen wir etwas ganz Besonderes machen? Sie haben von meinem Ritter Mirko schon gehört, wir wollen einen ganz besonderen Mann heute ehren. Ich darf Sie bitten, sich zu erheben, sprich er bekommt jetzt ein Kissen. Er soll ja hier unten nicht auf harter Fliese weinen. Darf ich bitten? Proklamation. Ihre königliche Hoheit, Fürstin Susanne Zoromke Hall, tuet kund und füget hiermit zum Wissen. Der königliche Rat, ernenne euch. Frank Faber, ich ernenne euch zum Ehrenbürger von Rompke Hall. Kraft meines Amtes ernenne ich euch zum Ehrenbürger von Rompke Hall. Dass du heute hier als Ehrenbürger von Rompke Hall geehrt wurdest und du hast es dir wahrscheinlich wirklich richtig... Für mich so als rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Tschüss. Wie gesagt hat das Bärbel angeht.